Musik Wer seine Wurst und Fleischwaren bei Hütthaler kauft, kann sich über die außergewöhnliche Vielfalt und einzigartige Qualität der Produkte freuen. Die Firma Hütthaler bürgt für Qualität. Das war unser altes Logo. Jetzt steht drauf Qualität, die begeistert. Was drinnen ist, steht drauf und da ist alles damit gesagt. Wir verstecken nichts, sondern wir wollen österreichische Produkte, das heißt landwirtschaftliche Produkte, zu 100 Prozent verarbeiten. Wir bei der Firma Hütthaler sind seit Jahrzehnten auf diesem Standort mit einem Schlachthof vertreten und wollen natürlich mit unserer Produktion vorwiegend österreichische Ware vertreiben. Und pflegen natürlich mit unserem Schlachthof die Verbindung zur regionalen Landwirtschaft. Der Fantasie sind bei der Wurstherstellung keine Grenzen gesetzt. Es sind fünf Personen, die ständig auf der Suche nach neuen Ideen sind und Produkte entwickeln. Das heißt aber noch nicht, dass ein Produkt fertig ist, sondern wir müssen dann auch die Haltbarkeit testen, die Konsistenz, wie sich das Produkt verhält. Und dadurch versuchen wir ständig Verbesserungen zu machen und immer zur richtigen Jahreszeit die richtigen Produkte herauszubringen. In der Produktion ist die Einhaltung sämtlicher Vorgaben unumgänglich. Diese sind insbesondere Einhaltung der Rezepturen, Einhaltung der Temperaturvorgaben, sowohl bei der Erhitzung als auch bei der Kühlung. Die Gewährleistung der rückenlosen Rückverfolgbarkeit vom Bauern bis zum Konsumenten, die Einhaltung der Hygienevorschriften. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind die externen Untersuchungen, die uns die Codex-Konformität unserer Produkte bestätigen. Regelmäßige Qualitätskontrollen der Ware sichern den hohen Anspruch von Geschäfts- und Produktionsleitung. Wir bei der Firma Hüttaler arbeiten nach einem anerkannten Prüfverfahren bei den Wurstverkostungen. Wichtig ist die Farbe, der Geschmack und der Geruch. Wir machen Verkostungen jeden Tag, dass stets die Frische und die Qualität garantiert ist. Erst jetzt, nach eingehender Kontrolle, kommt die Wurst in den Verkauf. Das Wichtigste für uns als Hüttaler-Verkäufer ist sicher, dass man wissen, die Qualität passt und der Kunde ist hundertprozentig zufrieden. Und das ist bei uns sicher der Fall.